Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zum Team-Check vom FC Bayern München. Wir schauen nämlich dort mal auf die komplette Mannschaft des FCB und analysieren nach diesem Saisonstart, wie gut diese auch tatsächlich zusammengestellt ist. Wir haben hier wieder die fünf verschiedenen Kategorien, in denen wir auch jeden Spieler einsortieren können, um eben auch dann zu sehen, wie gut die Mannschaft wirklich ist. Heute also die ganze Geschichte mit Bayern München, wo ja der Saisonstart durchaus gelungen ist, auch wenn es jetzt das Unentschieden gegen Leverkusen gab. Und trotzdem gab es ja bedingt auch durch das Transferfenster viele Diskussionen über einen zu kleinen Kader, über zu wenige Neuzugänge und trotzdem immer noch einer klaren Zielsetzung, um alle Titel mitspielen zu können. Wir blicken heute mal ganz genau auf die Mannschaft im Team-Check der Bayern. Wir legen los mit der Torhüter-Position, wo wir ja einmal von links nach rechts Manuel Neuer, Sven Ulreich und Daniel Peretz zur Verfügung haben. Es ist eine Position, über die ja bei den Bayern seit Monaten diskutiert wird, bedingt durch die Verletzung von Manuel Neuer. Und nun blicken wir mal darauf, wie gut man denn jetzt eben für diese Saison aufgestellt ist. Manuel Neuer ist ja Kapitän der Mannschaft und das auch weiterhin, aber eben auch seit Jahresbeginn verletzt. Und deswegen ist es auch weiterhin fraglich, wann und vor allen Dingen auch wie er wiederkommt. Deswegen ist auch die aktuelle Qualität hier schwer zu beurteilen, denn ich denke mal vor vier, fünf Jahren hätte ihn jeder als Unterschiedsspieler eingeordnet. In den letzten Jahren zumindest mal als Stammspieler, aber jetzt ist natürlich auch schon die Frage, ja, wie kommt er eigentlich zurück? Wie gut ist Manuel Neuer dann noch? Für mich war es dann deswegen auch schwierig, jetzt hier eine faire Beurteilung zu treffen. Und darum bin ich erstmal davon ausgegangen, von der Qualität, die er vor seinem Ausfall hatte. Und deswegen ist das hier für mich auch weiterhin ein möglicher Stammspieler. Es wäre durchaus interessant geworden, was passiert wäre. Hätte Bayern jetzt auch einen absoluten Topkeeper sich noch hinzugeholt, der ihm auch vielleicht genauso gut ist wie Neuer, dann wäre schon interessant geworden. Aber so ist ja auch der klare Plan, dass Neuer nach seiner Verletzung wieder der Stammkeeper sein wird. Sven Ulreich ersetzt ja aktuell Manuel Neuer und bekommt das Vertrauen von den Verantwortlichen, nachdem er seine Rückrunde nicht bekommen hat. Ich denke mal über Ulreich kann man auf jeden Fall sagen, dass er ein sicherer Rückhalt ist und damit auch wirklich eine gute Bankplatzqualität mitbringt. Daniel Peretz ist dann eben der Neuzugang im Tor gewesen. Er kam ja von Maccabi Tel Aviv und ist ja auch halber Deutscher. Somit auf jeden Fall erstmal natürlich ein super interessanter Transfer, weil er Daniel Peretz bei der U21 von Israel durchaus auch auf sich aufmerksam gemacht hat. Und trotzdem natürlich die Frage ist, ob es jemals für Bayern vom Niveau her einfach reicht. Aktuell ist er die Nummer 2 hinter Sven Ulreich. Es wäre sicherlich mal echt interessant, die Nummer einen längeren Zeitraum im Kasten zu sehen. So ist natürlich auch schwer einzuordnen, welche individuelle Qualität Daniel Peretz mit sich bringt. Ich glaube, Ergänzungsspieler trifft es hier auf jeden Fall erstmal ganz gut mit viel Potenzial nach oben. Es ist halt wirklich die Frage, ob es Daniel Peretz jemals bei den Bayern über diesen Status als Nummer 2, Nummer 3 hinausschaffen wird. Weiter geht es mit den Außenverteidigern. Und dort haben wir einmal von links nach rechts hier auf dem Bild zur Verfügung Nusair Masraoui, Bounazar, Alphonso Davies, Raphael Guerrero und Franz Kretzig. Legen wir los mit Nusair Masraoui, der einzig wirklich nominelle rechte Verteidiger im Kader. Letztes Jahr ist er ja von Ajax gekommen und das auch ablösefrei. Fand ich damals schon einen wirklich guten Transfer. Er ist eine gute Lösung für rechts hinten. Aber was man eben auch sieht, nicht zwingend mehr. Denn zuletzt hat ja auch Leimer mal den Vorzug gehalten auf der Position des rechten Verteidigers. Und hier wurde ja auch lange Zeit ein Neuzugang gesucht. Erst war Kyle Walker die klare Wunschlösung. Am Ende hat man es dann sogar doch nochmal bei Joao Cancelo probiert. Und das zeugt natürlich auch nichts wegen davon, dass man bei den Bayern komplett zufrieden ist mit Masraoui. Klar, vielleicht braucht er auch mal regelmäßige Startelf-Chancen, um sich festspielen zu können. Auch das ist sicherlich nicht optimal. Aber bislang sehe ich bei Masraoui noch nicht diese endgültige Qualität, dass er Woche für Woche tatsächlich in der Startelf stehen könnte. Und deswegen ist hier sicherlich die Qualität eines Bankplatzes die richtige Einordnung. Bunazar ist ja ein nominell rechter Verteidiger. Es sind vielleicht einige sagen, Masraoui ist ja gar nicht der Einzige. Aber eigentlich halt auch dann doch wieder schon. Denn Bunazar ist seit 2020 da und weiterhin ohne jegliche Chance. Er ist womöglich dann auch einfach nicht gut genug. Und ja, er war jetzt auch zweimal im Kader. Das lag aber auch daran, dass eben die Kaderbreite nicht wirklich tief ist. Und somit ist hier die Einordnung auch klar. Ergänzungsspieler, wenn überhaupt. Alphonso Davies ist ja klar gesetzt auf der linken Seite. Logischerweise auch dann hier Kategorie Stammspieler. Für mich fehlt nämlich auch weiterhin dort noch ein bisschen zum klaren Unterschiedsspieler. Davies ist sicherlich einer der besten linken Verteidiger in der Bundesliga. Vielleicht dort sogar der Beste. Sicherlich auch einer der besten in Europa. Aber irgendwann habe ich auch bei ihm noch das Gefühl, da steckt noch mehr Potenzial in dem Jungen. Er ist ja auch erst 22 Jahre alt und wird sich sicherlich auch hier nochmal steigern können. Rafael Guerreiro ist ja ein Neuzugang vom BVB. Der aktuell ja auch erstmal verletzungsbedingt fehlt. Trotzdem kann man hier sicherlich auch schon ganz gut einordnen, inwiefern der Bayern helfen könnte. Denn es ist erstmal ein wirklich solider Transfer für die Breite. Und der hilft eben auch auf mehreren Positionen. Somit hier auf jeden Fall erstmal Bankplatz. Und damit eben auch ein guter Backup für die linke Abwehrseite. Plus eben auch nochmal fürs zentrale Mittelfeld. Ich denke mal, das passt so auf jeden Fall ganz gut zusammen. Mit Franz Kretzig haben wir dann noch ein junges Talent für die Position des linken Verteidigers. Und war ja auch bislang in allen Bundesligaspielen im Kader. Er hat eine gute Vorbereitung gespielt. Und die Kategorie ist hier natürlich klar. Junges Talent. Bei ihm muss man eben auch nochmal gucken, ob er vielleicht nochmal ein paar Chancen bekommen wird. In der Innenverteidigung gibt es ja aktuell schon auch reichliche Diskussionen, wer dort spielen sollte. Wer der beste Innenverteidiger auch möglicherweise ist. Zur Verfügung haben wir hier auf jeden Fall Matthijs Delicht, Dayot Upamecano, Minjay Kim und Tarek Buchmann. Matthijs Delicht war ja in der Rückrunde ein Schlüsselspieler. Wie ich fand, auch im Rennen um die Meisterschaft, auch der Abwehrboss generell in der vergangenen Saison. Und nun zum Saisonauftakt hat er seinen Stammplatz erstmal verloren. Trotzdem muss man natürlich jetzt auch hier die ganze Geschichte richtig einordnen. Und für mich bleibt es dabei, dass Matthijs Delicht einer der besten Innenverteidiger bei den Bayern überhaupt ist. Und deswegen ist er bei dieser Qualität, die er mitbringt, auch hier in unserer Einordnung mindestens mal Stammspieler. Vielleicht sogar auch in den nächsten Wochen bald auch wieder mehr. Denn Matthijs Delicht hat auf jeden Fall das klare Potenzial zur absoluten Konstante in der Innenverteidigung und somit auch zum möglichen Unterschiedsspieler. Dayot Upamecano zeigt ja immer wieder schwankende Leistungen. Aber ist eben aktuell gesetzt in der Innenverteidigung statt Matthijs Delicht. Und auch er hat, wie ich finde, auf jeden Fall die Qualität zum Stammspieler. Auch wenn ja bei der Personalie auch immer mal wieder diskutiert wird. Aber Upamecano bringt halt jetzt schon unglaublich viel mit. Ist mit seinen 24 Jahren auch noch immer sehr, sehr jung. Und da steckt noch so viel Potenzial in dem Jungen. Also ich glaube, wenn Bayern wirklich Delicht und Upamecano über die nächsten drei, vier Jahre behalten kann, dann hat man dort eine unfassbare Qualität. Und diese Qualität bringt für mich auf jeden Fall schon jetzt Min Jae Kim mit. Oder wie man es vielleicht auch sagen könnte, Kim Min Jae. Neuzugang aus Neapel. Meiner Meinung nach ein absoluter Top-Transfer, der auch vollkommen zu Recht direkt gesetzt ist. Klar, auch bei ihm ist auf jeden Fall noch mehr drin. Auch dort merkt man, er muss sich erstmal so ein bisschen an das neue Spielsystem gewöhnen. An ein neues Land, an eine neue Liga. Das ist aber auch vollkommen normal. Für mich ist hier klar, Kim ist Bayerns bester Innenverteidiger und bringt auf jeden Fall die Qualität zum Unterschiedsspieler mit. Und deswegen habe ich ihn auch hier ganz bewusst so einsortiert. Tarek Buchmann ist ja aufgrund der Kadertiefe aktuell vierter Innenverteidiger. War aber bislang noch nicht im Kader und somit auch hier eine relativ einfache und klare Sache. Junges Talent. Im Zentral-Mittelfeld finden sich gar nicht mal so viele Spieler wieder bei den Bayern. Klar, auch ein Rafael Guerreiro auf der Doppel-6 oder auch ein Thomas Müller auf der 10er-Position können hier spielen. Aber da hat man auf jeden Fall schon ordentlich ausgedünnt. So haben wir hier Joshua Kimmich, Konrad Leimer, Leon Goretzka und Jamal Musiala gelistet. Bei z.B. Transfermarkt.de ist beispielsweise auch noch ein Alexander Pavlovich oder ein Taichi Fukui. Mal gucken, ob sie vielleicht dann auch vermehrt im Kader stehen. Habe ich jetzt aber hier erstmal außen vor gelassen. Joshua Kimmich ist ja Vizekapete in der Mannschaft und natürlich auch ein klarer Anführer und gesetzt auf der 6er-Position. Klar ist aber auch, genau auf dieser Position wollte Thomas Tuchel gerne einen anderen Spielertypen haben, um vielleicht auch Joshua Kimmich nochmal mehr Freiheiten im Mittelfeld geben zu können. Und was bei mir, bei Joshua Kimmich oder auch generell bei dieser Generation um Kimmich, Goretzka, Gnabry, das Problem ist, das sind alles absolute Top-Spieler. Aber wenn ich das mal mit Spielern bei Bayern vergleiche, wie z.B. ein Philipp Lahm, ein Bastian Schweinsteiger oder sogar mal ein Xabi Alonso, fehlt mir dort immer und immer wieder das letzte bisschen zum absoluten Weltklasse-Spieler, zum absoluten Unterschiedsspieler. Und deswegen habe ich hier auch bei Kimmich erstmal die Kategorie Stammspieler ausgewählt, auch wenn er sicherlich womöglich in jedem Spiel in der Startelf steht. Da werden sicherlich vielleicht auch einige argumentieren, ja auch er hat sicherlich die Qualität zum Unterschiedsspieler. Für mich fehlt dort aber einfach noch was. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier erstmal dort einsortiert. Konrad Leimer wurde ja bislang als zentraler Mittelfeldspieler und rechter Verteidiger eingesetzt und der Neuzugang hinterlässt auch wirklich einen guten Eindruck. Auf jeden Fall ein solider Transfer, einen solchen Spieler ablösefrei von Ebbe Leipzig bekommen zu haben. Und ich glaube schon daran, bedingt eben durch die Besetzung, erst recht auf der Position des rechten Verteidigers, dass er die Chance hat, dort vielleicht sogar zum Stammspieler zu werden. Er ist ein Spielertyp, der sich auch in den Dienst der Mannschaft stellt, der sich immer reinschmeißt. Und hier habe ich mich deswegen dazu entschieden, ihm erstmal die Kategorie Bankplatz zu geben, mit aber auf jeden Fall auch Potenzial zu mehr. Leon Goretzka hat ja zuletzt viel Kritik abbekommen, wurde auch nicht nominiert von Hansi Flick für die Nationalmannschaft und trotzdem gab es ja zum Start von ihm bessere Leistungen. Zumindest mal an den ersten ein, zwei Spieltagen wirkte er auf mich sehr engagiert und wie jemand, der auf jeden Fall auch alles geben möchte. Aber wenn ich mir dann wieder die anderen Spiele so angucke, vor allem auch das letzte Spiel, dann denke ich mir schon, auch da kommt einfach viel zu wenig. Sowohl defensiv und vor allen Dingen aber auch einfach offensiv. Und deswegen sortiere ich ihn hier auch nur noch als Bankplatz ein. Denn auch dort merkt man einfach, Thomas Tuchel wollte unbedingt nochmal auf der Position einen neuen Spieler haben, auch einen anderen Spielertyp. Und das macht auch durchaus Sinn, denn auch an Leon Goretzka, er ist jemand, von dem viel, viel mehr kommen muss. Bei Jamal Musiala ist ja der Saisonstart nicht optimal gelaufen durch den Muskelfaserriss. Er hat dadurch zwei Spiele verpasst, in den anderen beiden noch keinen Scorerwert sammeln können. Aber auch das ist sicherlich kein Drama. Denn der 20-Jährige ist und bleibt unglaublich wichtig. Wenn er fit ist, wird er in jedem Spiel in der Startelf stehen. Und deswegen ist er für mich auch schon jetzt ein klarer Unterschiedsspieler im Kader. Flügelspieler. Und dort hat sich ja im Vergleich zur Vorsaison nicht allzu viel verändert. Klar, Sadio Mane ist weg. Aber die anderen drei, mit denen man eh geplant hat, sind ja weiterhin da. Und das sind Kingsley Coman, Leroy Sané und Serge Gnabry. Kingsley Coman ist meiner Meinung nach ein Top-Flügelspieler. Und hätte man mich vor ein paar Monaten gefragt, wenn ich am stärksten von Bayerns Flügelspieler sehe, wäre meine Antwort klar gewesen. Kingsley Coman. Bislang in der neuen Saison ist er noch ohne Scorer und muss sich auch sicherlich wieder ein bisschen steigern. Aber er ist und bleibt ein richtig guter Spieler und damit sowieso Stammspieler. Er kann aber eben auch zum Unterschiedsspieler werden. Das Zeug dazu hat er auf jeden Fall. Aber dazu muss eben dann auch nochmal ein bisschen mehr kommen. Leroy Sané hat ja in den ersten vier Spielen drei Tore erzielt. Und damit ist er auch aktuell mit Abstand, wie ich finde, der beste Flügelspieler. Und deswegen auch hier in der Einordnung erstmal auch ein Unterschiedsspieler. Das ändert sich bei Bayern aber eben auch, finde ich, bei den drei Flügelspielern immer mal wieder. Auch Serge Gnabry hatte zum Beispiel eine gute Phase am Ende der letzten Saison. Kingsley Coman war in der Vorsaison für mich der Konstanteste, der geliefert hat. Und bei Sané hat man eben dann mal phasenweise das Gefühl, der ist jetzt der wichtigste gefühlt in der Offensive. So wie es aktuell vielleicht auch ist, spielt echt aktuell einen guten Fußball. Und dann dann wieder Phasen drehen, wo man echt sich denkt, oh gut, der steht jetzt in der Startelf, aber da könnte vielleicht auch wer andere spielen. Also das bleibt auf jeden Fall interessant. Denn auch ein Serge Gnabry ist eben aktuell im Duell mit Coman um die andere Flügelposition. Und auch dort muss einfach mehr kommen. Aber, und auch da sind wir uns sicherlich einig, ist die Qualität zum Stammspieler natürlich gegeben. Und somit haben wir hier drei richtig, richtig gute Flügelspieler zur Verfügung. Sturmzentrum ist ja ein neuer da und das ist Harry Kane. Ansonsten haben wir natürlich hier auch weiterhin Thomas Müller, Harry Kane, Mathieu Stel und Erik-Maxim Choupou-Moutin. Thomas Müller ist sicherlich nicht mehr ganz so wichtig wie noch vor drei, vier Jahren, aber kann auch weiter in dieser Mannschaft helfen. Für mich aber rein sportlich gesehen, rein von dem, wie ich dann auch möglicherweise den Kader einschätzen würde, Kategorie Bankplatz. Ich mag ihn als Typen ungemein. Er ist auch sicherlich als Typ in der Mannschaft unfassbar wichtig. Wenn man es aber dann vor allen Dingen eben auch sportlich betrachtet, ist, glaube ich, Kategorie Bankplatz hier durchaus richtig. Harry Kane ist ja der verspätete Lewandowski-Nachfolger und ich glaube, über die Qualität muss man hier nicht diskutieren. In vier Ligaspielen hat er bereits viermal getroffen, plus ein Tor vorbereitet. Und auch wenn vielleicht jetzt einige sagen, ja gut, vielleicht zwei, drei Tore da vorne, weil jetzt auch kein Kunststück. Ist es einfach unfassbar wichtig für die Bayern und das sieht man eben auch dann an Keynes Toren, wie wichtig es ist, dort vorne einfach jemanden zu haben, der die Buden macht. Egal wie einfach, wie schwierig. Sie sind Hauptsache, es ist dort einer, der gefühlt aus jeder Top-Chance auch ein Tor macht. Und dafür steht Harry Kane. Und deswegen auch hier klare Sache, Harry Kane ist ein Unterschiedsspieler. Matthäus Tell hinterlässt, finde ich auf jeden Fall aktuell, einen guten Eindruck. Ist ja auch sehr effektiv vor dem Tor und den kannst du immer reinschmeißen. Deswegen hatte ich dann vielleicht nochmal überlegt, ihn weiter in die Kategorie junges Talent zu packen. Da hätte ich ihn zum Beispiel vor einem Jahr ganz klar einsortiert. Jetzt bin ich aber der Meinung, Matthäus Tell hat auf jeden Fall Bankplatzqualität. Für mich auch nominell Stürmer Nummer 2 hinter Harry Kane. Weil du einfach hier einen Stürmer hast, der, wenn er reinkommt, immer Energie mitbringt. Immer auch, ja, gefühlt sein Tor schießt. Und deswegen hier sich echt schon ordentlich gesteigert hat. Eric-Maxim Chocomoting war ja letzte Saison teilweise auch mal Stammspieler. Jetzt aber eigentlich eher in der Hierarchie nur noch Stürmer Nummer 3. Er wurde trotzdem dreimal eingewechselt und das ist sicherlich auch dann gut für ihn zu sehen. Weil er natürlich auch offensiv flexibel einsetzbar ist. Hier in meiner Einordnung war ich dann irgendwo zwischen Bankplatz und Ergänzungsspieler. Weil er aber einfach nicht verkehrt ist zu haben, habe ich ihn deswegen auch hier Kategorie Bankplatz eingeordnet. Und somit war das mal mein Teamcheck vom FC Bayern München. Und festhalten können wir sicherlich, dass Bayerns Mannschaft eine hohe individuelle Qualität hat. Aber vor allem in der Breite hat Tuchel zu wenig Optionen und beispielsweise ist genau dort Leverkusen oder auch Leipzig besser aufgestellt. Die Bayern wollen das Triple. Das ist natürlich eine klare Geschichte. Der kleine Kader und die zu wenigen Neuzugänge könnten aber da das Problem werden. Ein Top-Rechtsverteidiger sowie auch ein starker Sechser fehlen im Kader weiterhin. Denn diese Lücken wurden einfach nicht geschlossen. Und anders gesagt, durch die Abgänge von Stanisic und Gravenberg hat man sich sogar noch dünner aufgestellt, als man es wollte. Zudem ist natürlich auch noch fraglich, wie es mittelfristig auf der Torwartposition weitergeht. Also perfekt ist die Mannschaft sicherlich nicht zusammengestellt. Hat aber auf jeden Fall das Zeug, um alle Titel mitzuspielen. Vor allem eben dann, wenn man im Winter nochmal mit zwei bis drei Neuzugängen nachlegen wird. Und jetzt interessiert mich mal eure Meinung. Wie schätzt ihr Bayerns Kader ein? Welchen Spieler würdet ihr vielleicht in eine andere Kategorie packen? Und auf welches Team sollen wir hier auch nochmal schauen im Teamcheck? Schreibt all das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und bleibt am Ball! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017